Udo und Hansi – Kurzgeschichten für Anfänger, die Deutsch lernen, Erzählung in der Gegenwartform Udo ist ein kleiner Junge mit einem bunten Wellensittich namens Hansi. Sie sind beste Freunde und lieben es, zusammen Zeit im Park zu verbringen. An einem sonnigen Sommertag beschließen Udo und Hansi, einen Ausflug in den großen Park zu machen. Sie packen eine Picknickdecke und etwas Vogelfutter ein und machen sich auf den Weg. Das Abenteuer beginnt, im Park angekommen, lassen Udo und Hansi ihre Decke auf einer grünen Wiese aus und genießen die warme Sonne. Plötzlich fliegt Hansi davon und landet auf einem hohen Baum. Udo ist besorgt, aber er gibt nicht auf. Udo ruft nach Hansi und versucht, ihn vom Baum zu locken. Doch Hansi bleibt oben sitzen und Udo weiß nicht, was er tun soll. Da kommt ihm die Idee, einen Parkwächter um Hilfe zu bitten. Der Parkwächter kommt herbei und mit einer Leiter gelingt es ihm, Hansi sicher vom Baum zu holen. Udo ist überglücklich und bedankt sich beim Parkwächter. Gemeinsam kehren Udo und Hansi zum Picknick zurück und genießen den restlichen Tag im Park. Udo und Hansi sind erleichtert und glücklich, dass sie ihr Abenteuer im Park gemeinsam gemeistert haben. Es war ein aufregender Tag mit einem Happy End. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017